hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu satisfactory neue aufnahmesession hoffentlich diesmal nicht übermüdet guten tag herr fleischermann zu spät spät already done hallo minias guten tag aber schön wieder hier zu sein satisfactory let's go wir haben ein bisschen stromprobleme richtig jetzt haben wir nach da hinten jetzt haben wir so viele von diesen dinger hingestellt natürlich brauchen wir auch dementsprechend viel kraftstoff und den kriegst ja jetzt da kann es ja jemand schicken da muss jemand einstellen der den ganzen kraftstoff hier ich mache gerade händisch deswegen hole kohle ist zufällig dass die hier liegt und dann stelle jetzt mal händisch hier allerdings biodiesel der ton klingt anders weil wir schon wieder auf teamsweek sind weil das kommt einfach mal wieder perfekt läuft wollte ich einfach loswerden herzlichen dank nochmal wer hat denn das erfunden weiß ich habe mir damals bei disco kann man sich als partner bewerben also wenn man streamer ist und so weiter kann sich als partner bewerben mit dem hinweis dass du dann deinen server auf besseren serfern hast und dann die probleme nicht da sind oder so bei vermeintlichen problemen und das war ja muss man auch sagen jetzt über wie lange nutzen wir uns das gott zwei drei jahre ist das schon so lange jetzt wieder also wir nutzen auf jeden fall diskunden zeitlang und waren eigentlich auch nie probleme gelegentlich und letzter zeit ist nur noch oder also ist vor allen dingen ist es was auffällt dass es immer wochenende ist immer denn wenn wir last drauf wenn last drauf ist denn dann haben sie haben sie probleme das muss man so sagen das ist scheiße das ist scheiße weil nervt definitiv ja mittlerweile müsste auch ihr noch geld wenn ich den ne naja das ist vor allem der witz die die versuchen ja mit nitro da geld rein zu bekommen das ist ja dieses praktisch dieses discord plus oder so weiter und sie kriegen es einfach nicht geregelt ja also ich weiß nicht das ist halt jetzt auch nicht gerade dass es überzeugt auch niemand da irgendwie geld einzuwerfen nee und dann gehen wir zum guten allen teams zurück und es läuft danke teams weg ach ja wir beginnen die aufnahme mit etwas bio die ich hatte mit ein bisschen beef ja das auch heute kein guter tag also doch eigentlich gut es war ein super stream heute wir haben heute sonntag ich habe gestreamt habe zwei tolle spiele gespielt seeds of resilience und danach desert skies und dann machst du die videos fertig weißt und setzt sich hin und dann ja bisschen verzögert und da das noch fertig machen und da noch schnell zwischen essen das fertig machen und dann werden dir die videos geclaimt weil irgendein lied da drin gerade bei desert skies haben sie irgendwelche leader verwendet die nicht safe sind um sie irgendwie auf youtube zu zeigen wie doof ist als spieleherrscher jetzt war nicht durchdacht da fehlt der letzte gedankengang ich glaube eher dass das ein indie entwickler ist und der einfach nicht wirklich weiß was er tut so ungefähr weißt du also ja ich mache jetzt hier sprit rein du hast ja schon aufgefüllt oder was nein 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 du musst empfangen schon hinten an und ist wahrscheinlich da ich habe jetzt nämlich jeweils nochmal 100 genau diese lager von hinten so okay pass auf watarista jetzt geht los jetzt geht los der letzte hatte das problem oder was der letzte hatte das problem der letzte letzte werden die ersten sein der letzte energie erzeuger war leer nur der letzte echt jetzt ja ok gerade ohne ende biodiesel hergestellt noch mal einer zwischendrin war noch einen habe ich noch einen gefunden und er ist auch mehr ok ok nehmen es waren noch einige dazwischen so mein freund sagt ist ja kohle läuft gleich und du warst am kohle machen ich mach kohle jetzt mein kohle der will be blatt der ist auch leer jetzt gemacht also kohle ist auf jeden fall ist das hier in der nähe kohle ja ganz mal pingen es ist nicht weit weg ist hinter dem hinter dem kupfer vorkommen in jedem fall oh du hast angemacht stroh nein ich mache hier mal kohle rin und ich mache mich mal kurz um jeder da hoch ich kümmere mich mal ganz kurz um die forschung ich mache direkt zwei kraftwerke ich habe mich mal kurz um die nächste freischaltungen das heißt wir brauchen noch ein bisschen kupferdraht Wo ist denn das Jumppad? Warum ruckelt die Scheiße hier so? Wir spielen. Entschuldigung, liebe Zuschauer, weil ich hier ein bisschen angestrengt bin. Könnte lustige Feuerwehr werden, Leute. Das ist ein bisschen... Das ist einfach nervig, wenn man sich Arbeit auf YouTube macht und dann wird einfach das so, dann schneidest du da noch rum, weißt du, damit du das irgendwie noch retten kannst. Und dann habe ich halt das Fertiggeschnitte weggepackt. War vielleicht auch nicht ganz so professionell. Und merkst den Nachgang, das geht doch nicht. Und dann hast du ein zerschnüppeltes Video und, naja. Jetzt habe ich es komplett verworfen. Egal. Jetzt gehe ich hier mit vollen Milan ran. So. Strom? Was ist los? Geht mal ein bisschen was, aber ich meine, ich habe jetzt alle das gehofft, aber lang wird es nicht erhalten. Ich will mal 470. Jetzt. 470 Strom. Und da geht der voll? Ja. Ich mach noch einen. Nice. Mike4, so eine schöne Fabriken-Geschichten. Generatorin. Das ist nice. Ich mach jetzt die Rotoren hier fertig. Genau. Da fehlt ja nicht mehr viel. Da brauchen wir denn noch 3, 8, 17, ne? Ja. Dann habe ich ja, habe ich einstecken. Kupferdraht habe ich auch einstecken. Läuft bei dir. Da. Mal ein bisschen was hier Konstruktives machen, was wenig es läuft. Genau. Wieso ist eigentlich unsere Basis so dreckig? Die sieht voll verrostet und verdreckt aus. Haha. Weil du nie durchwegst. Hinterlassen wir da vielleicht Spuren, wenn wir da drüber laufen? Findest du es rostig und verdreckt? Kann sein, dass deine Brille irgendwie... Nein, kannst du mehr kommen. Guckst dir an, der Boden ist total an einer Stelle. Unlockt. Unlockt. Okay. Ah, nun fahrt's alles. Ja, richtig was los? Mhm. Mit dem Caterium. Caterium. So. 520. Der wird immer voller. Da geht was rein. Der wird auch voller. Der geht auch voller. Den geht auch voller. Der geht auch voller. Ich sag mal... Okay. Wow. Nee. Let's go. Für das erste nicht schlecht. Für das erste nicht schlecht. So, bis du. Ich ping jetzt mal nach Kohle. Das war mit C und dann Cola. Das war noch 500 Meter entfernt. Das ist ja ein Spitzenspot hier. Eisenruhenende, Kohle in der Nähe. Das ist ein Ketchup. Du musst hier irgendwo stützen, dass wir die Kohle hier rüber kriegen. Wie? Nee. Läuft schon, Alter. Strom ist an. Echt? Ding ist durch. Kannst du dir angucken. Thema Kohle ist erledigt. Kein Ding. Kein Problem. Alles gut. Läuft bei uns. Was? Nice. Nicht. Da hinten ist so eine große Freifläche, weil Schlucht. Und da können wir direkt... Dann machen wir direkt die Produktion des Stroms da hinten, oder? Der ist schon da, ja. Und dann habe ich das mit dem Kupfer verbunden und das Kupfer ist ja sowieso verbunden und von daher... Soll ich... Achso, hast du schon verbunden. Ist alles verbunden. Das heißt, es ist schon Strom hier drauf, wie auf der Kiste. Es läuft. Achja, sehe ich gerade. 520. Es läuft. Nice. So. Ja gut, da müssen wir jetzt nur genügend Kohle hinten an den Start bringen. Also Strom, dass wir die hier hinten abbauen können, damit wir den Biodiesel da nicht mehr reinmachen müssen. Richtig, genau. Da brauche ich aber ein paar mehr von diesen verstärkten Platten, um diese besseren... Soll ich springen? Ja, irgendwann kannst du auch upgraden. Ja, genau. Du kannst es mal angucken, kannst du upgraden, diese schnelleren Dings da und dann geht's los. Dings da. Dings da. Dings da. Dings da, links da. So wird's hier aus. Ja, wieso? Wo fliegen denn? Ah, hier gehen die verstärkten Platten hin. Nehmen wir mal 200 hier raus. Ich denke auch noch nicht gelebt. Brauchst du sonst noch was? Ne, gell? Sonst noch was? Nö. Geil, verstärkte Eisenplatten 85. So, aus zwei Wachern hier. Da können wir ja fast noch innen nachsetzen. Also du willst die Kohle, dass es abgefördert wird, die Kohle verstärken, das Band. Genau, dass es schneller sozusagen vollläuft. Damit die, da kannst du dann noch ein oder zwei neben setzen und dann sind wir ja erstmal safe. Und dann ist ja auch noch Platz zur anderen Seite und so. Also das geht hervorragend. Wollte ich sagen. Wollte ich sagen. Wollte ich mal meinen. Wollte ich meinen. Wollte ich meinen. Wie sieht's denn hier aus? Das sieht so aus, dass das alles hier rauskommt. Wollte ich denn hier? Tatsächlich. Logistik. Wollte ich gerne hier oben. Boah, ist eine gelbe Turboschnecke. Nehme ich mal direkt mit. Wollte ich gerne da oben, wo oben? Ich würde gerne hier oben noch zwei von diesen Manufaktoren anbringen, die diese komischen Platten machen, diese verstärkten. Ja. Einfach daneben jeweils eben stellen und dann ein bisschen abzapfen, nach links, rechts. Okay, ich bin jetzt bei den Kraftwerken hier hinten. Sollte funktionieren. Die Bände ja alle upgraden. Die Bände upgraden, genau. Das sind die Zufuhr. Die Zufuhr, genau. Die Zulieferung. Und dann sollte das eigentlich gut sein. Machen wir es so. So machen wir es. Genau. So. 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 Oh, die einzelne Einführung in den jeweiligen... Einführen musst du nichts. Das muss ich uns nicht verstehen. Mach das mal nicht, bitte. Das ist mal eine Sauerei. Ähm. Sag mal. Irgendwann ein einführender. Ist auch irgendwie eklig. So. Aber das ist irgendwie komisch. Wobei läuft ja trotzdem vorher irgendwie. Wobei Kohle brauchen wir später noch an der Basis, ne? Für die Herstellung. Ja, da müssen wir dann... Dann gehen wir... Da holen wir uns ein anderes Kohlevorkommen. Okay. Äh. Dass ich meine... Ein paar hundert... Warte. C. Sie halten Kohle in die Richtung. Musst du irgendwie nochmal. Hat er gleich pink gerade? Oh Gott, ist es tief! Da. Ja. Soll ich hier... Die Steinförderbinder mal ein bisschen beschleunigen? Ne. Ja. War doch nicht das. Ja. Sind wir schon. Was möchtest du beför... Was? Was? Die Steine... Die ist... Da könntest du übrigens... Der ist voll. Der obere Container. Ja. Da könntest du vielleicht noch einen... Ähm... Danebensetzen. Mit dem... Ich bin grad hier... Was ist denn das hier? Ist das Kupfer? Wir haben doch einen Container oben mit... Ähm... Wie heißt das? Mit Zement. Catirium Barren. Ja. Ja. Da kann ich mal gucken. Da kann ein bisschen was... Äh... Ja. Nicht, dass der voll läuft. Und äh... Du meinst ja, der den Stein macht? Der den Stein macht, der von außen kommt. Von so weit außerhalb kommt. Den hab ich... Äh... Der ist voll. Der Container ist voll, ja. Gibt sich zu voll gesehen. Hä? Moment, Moment, Moment. Hier ist ein Vorkommen, das ist... Kupfererz. Achso. Das meinst du nicht? Nein, das mein ich nicht. Das kommt nämlich von weit außerhalb. Nee, nee, nee. Alles gut. Ich mein hier auf der... In unserer Base, auf der zweiten Etage... Richtung... Äh... Ich meine jetzt mal... Osten... Ist äh... Ein Container mit... Zement... Säcken. Und der muss... Äh... Erweitert werden lassen. Sonst läuft der voll. Ach... Schwer. Ein schwerer Satz. Bin... Nicht gerügend feiern rum. In der zweiten Ebene ist ein Container mit Zement... Ach, da hinten, ja. Da stecht die noch... Kabel sind anscheinend auch voll übrigens. Ja, der vielleicht... Vielleicht die auch noch... Vielleicht die auch noch... Vielleicht die auch noch... So. Looks good. Es geht. Es geht. Wir haben sogar Convoyelifter MK2. Ja. Können wir das anders machen? Äh... Haben wir wahrscheinlich auch mit dem... Mit dem DIGS Upgrade... Die krieg ich grad, ja. Mein ich. Äh... Das Flugzeug kommt zurück. Äh, Flugzeug. Unser Raumschiff. Hallo. Ich hab dich grad flitzen sehen. Ja, ich flitze grad zum... Hopp. Um die Forschung weiterzumachen. Nice. Okay. Das sieht gut aus. Hä, was war denn das? Der haut jetzt mit der Hand drauf. Echt, ja? Ja. Neu? Da hat so eine Faust kam da. Und hat auf den Button geschmisch... Also geschmisch. Button mashing. So. Dann zieg hier noch einen zweiten ab. Ist ja auch irgendwie doof. So. Wie weit ist denn der hier eigentlich mit dem Beton? Na ja, geht noch. So. Ähm... Was machen wir? Wir brauchen jetzt, ähm, die Geschichte mit den, äh, Schrauben hier oben. Äh, für die Rotoren. Okay. Die müssen jetzt als nächstes passieren. Was denn eigentlich von der Stufe 4? Wir haben die Stahlproduktion wäre die nächste Stufe, ne? Könnten wir freischalten? Ja. Man könnte. Was haben wir noch? Verbesserter Nahkampf? Naja. Und die größeren Container und, äh, Förderbänder MK3. Da brauchen wir aber die Kohle definitiv, um die Stahlverarbeitung ans Start zu bringen. Ja, ja. Wir müssen erstmal, wir müssen erstmal die Grundversorgung jetzt mit dem Scheiß, den wir jetzt haben, sozusagen, äh, denke ich mal, verschnuseln. Ja. So. Das heißt jetzt erstmal genug, äh, Stahlplatten herstellen, verstärkte Stahlplatten herstellen und genug Rotoren. Das heißt aber, wir müssen die Produktion der Stahlplatten erhöhen, weil ich meine, die sind jetzt ja... Ich bin, ja, 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 die verdoppel ich jetzt gerade. Von zwei Manufaktoren auf vier. So. Weil ich meine... Was ist hier los? Warum geht das nicht? So, jetzt geht's aber. Verstehen. Sehen. Sehen. Sehen und verstehen. Dude. Ja. So. Dann mach ich da links von mir jetzt aus, jetzt mach ich noch einen hin. Schrauben. Aber langt das von der Auslastung? Also haben wir genügend Schrauben, die produziert werden? Schrauben ist nicht das Problem. Ist, äh, wie du siehst, die laufen voll, hier sind wir, ähm, beziehungsweise kann ich ja mit den besseren Bändern, die kann ich glaube ich aufwerten hier, oder? Zumindest hier? Ne? Nicht aufwertbar? Nein? Hast du schon aufgewertet? Krass. Bitte? Wo? Ja. Hier diese Bänder, ja. Ich denk schon, dass ich... Äh, ja. Und wenn's nur minimal... Naja, ich hab grad einen Laufblick nicht, weil du hast irgendwas hingebaut, was ich vorher nicht kenne. Du hast irgendwas dazwischen geklemmt, seh ich nur. Bis... Ja, doch. Doch, doch, der läuft voll. Hm? Und dann passt das hier. Und hier drüben musst du... Du meinst du mit den Schrauben? Also der... Die Schrauben, ja genau. Und hier auch. Zack ist ja wieder voll. Jetzt läuft er jetzt... Er läuft nicht ganz auf 100%, aber... Das ist schon okay. Kann er ja noch ein bisschen hier nachhelfen. Hier ist doch auch voll. Wollen wir... Die Stangen... Die Stangen... Die Stangen sind voll. Hier ist ein Stangencontainer, der ist voll. Ja, ja. Muss alles passieren. Muss alles erweitert werden. Sollen wir da nicht nochmal Schrauben umsetzen? Oder langt das jetzt? Nee, Stangen brauchen wir ja jetzt für die Rotoren. Digi. Achso, okay. Du solltest jetzt die Rotoren machen. Okay. Also wäre cool, wenn du... Also mein Plan war folgender. Unten lasse ich Stangen herstellen. Hier vorne. Richtung Osten. Osten. Ja. Und die wollte ich nach oben bringen und oben vielleicht aus der Hälfte Stangen Schrauben machen und aus der anderen Hälfte Stangen dann diese... Wo wolltest du die Produktion von den Rotoren... Genau. Und die wollte ich dann nach oben, genau. Und die Rotoren dann oben bauen. Äh, ja. Ich hatte schon mal angefangen und dann hattest du... Ja klar, dann hattest du gespeichert. Stangen und Schrauben. Hier gibt's Stangen, aber wir können noch den splitten oder den Container? Oder nicht? Hier haben wir ja einen mit Stangen, da können wir aus einem Strang schrauben machen, das im anderen... Nein? Ähm, ja klar, reicht nur nicht. Achso. Was leitest du jetzt nach oben? Ähm, ich leite jetzt nach oben Stangen gleich. Okay. Noch nicht, noch ist kein Loch gemacht. Noch kein Loch entstanden, aber hier unten sind vier Konstruktions. Die Stangen machen gerade. Die Stangen machen werden gleich, ja. Aber wir haben noch unten genügend Platz, dass du vielleicht direkt Schrauben draus machst. Könnt ich auch. Ja, absolut. Weil dann können wir ja die Stangen und die Schrauben, waren noch Stangen und Schrauben, oder? Für die Rotoren. Genau. Ist eigentlich komisch, dass da kein Kupfer mit rein muss. Kein Kupfer gerade, ne? Ja, finde ich auch irgendwie komisch, aber... Absolut. Weil dann kannst du die hier hochleiten und wir nehmen einfach unsere Stangenproduktion hier oben und deine Schraubenproduktion von da unten und fusionieren die. Funktionieren. Die funktionieren die. Die funktionieren die. Ähm... Wie ist jetzt los? Ich überlege jetzt gerade mal... Du hast No Power. Fünf. Ne, passt. Ja, ich setze sie da drauf, genau. So. Jetzt geht das ab. Weil auch wenn so ein Band anfängt zu rotieren und es geht los... Das fühle ich geil. Neices Gefühl von der Neisigkeit her. So. Okay. Dann gehen wir hier rein. Dann werde ich zwei Merchant nach oben bringen und... Gut, dann mache ich immer noch, wa? Ich stelle hier 14 pro Minute. Ja, genau. Passt zwar nix mehr von der Höhe, aber... Vielleicht hier vorne auch. Hier ist doch eins, wo wir schon die Kupfer hochbringen, die Kupferkabel. Da vielleicht irgendwie daneben ein Loch oder so. Ne, ich dachte, dass du hier ganz rüber gehst, aber... Oder auch nicht. Ja, so wie du möchtest. Ja, ja. Ich bin da... Ja, man hat im Moment keine Ordnung mehr drin wirklich. Oder wir ziehen hier die Dinger rüber, die... Kann man natürlich auch machen, ja. Ähm... Was der dazu sagt? Ja, ob der... Der Ausgang dann passt. Ne, passt nicht. Hat's vergessen. Achso. Wechsel nicht einen neben dran in den Container rein. Wir können aber hier daneben das machen. Das war... Hier. Guck mal, ich hab mal aufgemacht. Hier könnte man hoch. Siehst du das? Ja. Ja. Ja, das ist doch gut. Genau. Da kann ich jetzt... Da kann ich hin und... Äh... Da machen wir jetzt die Stangen. Diesmal setze ich in mittig den Container. Ja. Da komm ich gleich hin. Genau, so machen wir's. Genau. Ähm... Von wo kommst denn du? Ich komm von, äh... Vom Norden, ja. Aber du hast doch ne Produktion davor. Geh, weißt du auch, ich zieh mal... Ich zieh mal so'n, so'n, ähm... Komboi-Teil darunter. Mhm. Ja, kann ich das nicht nach unten ziehen? Ja, ist ja bitter. Guck mal. Doch. Geht. So? Ja, ja, so. Ach so, ja. Das geht sogar so. Oh, das ist ja toll. Da müsstest du anschließen. Einen Container brauchst du nicht unbedingt, oder? Willst die Schrauben zwischenlagern? Ne, hast recht. Ne, hast recht. Direkt anschließen. Direkt. Oh, genau so. Perfekt. Hast du wahr. Zack. So. Logistik. Patsch, ich bin immer, immer falsch. Organisation, so. So, und da geht er raus. Oh, ist ja bitter. Ich kann ihn da nicht... Ach, zu teuer. Okay. Ähm... Kannst du mir was runterschmeißen? Watten runterwerfen? Äh, die... Platten? Die verstärken? Oder... Muss ich mir welche machen? Ja, warte, kann ich runterwerfen. Gucken mal, ob ich das kriege. So. Wie brauchst du denn da? Ähm... Ein bisschen... Mal auf eine schnelle 50 oder so. Vertast. Ja, 40. Okay. Ach, da waren sie. Probier's hier nochmal. Moment. Hallo. Ach, schade. Komm's nicht ran, ne? Nee. Okay, äh, warte. Aua. Na, ist egal. Für dich mach ich das. Jetzt hängst du bei mir, hängst du jetzt hier drauf auf dem Ding. Ja, ich auch. Also, bei mir auch. Ach, geil. Schönen wir jetzt. 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 Äh, wieso hast du da zwei Dinge in den anderen? Ah, weil du da rauskommst. Okay. Ja, ich mag das so um die Ecke. So, dann leide ich mal die Stangen darüber. Boah, das gibt ja ein Durcheinander. Wir sind schade. Wir sind schade? Ja, schade, dass wir das nicht hinkriegen, dass das so ein bisschen Ordnung hat. Aber wieso? Wir... Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Nee, warum das für dich keine Ordnung ist? Ja, weil... Ja, weiß ich auch nicht. Das ist doch top. Wir läuten alles so schön nach oben. Professioneller geht's ja fast ja auch nicht. Hm. Meine ich jetzt. So, jetzt... Das gleiche jetzt eigentlich nochmal. Nur um ähm... Vielleicht direkt daneben oder... Vielleicht nicht ganz direkt daneben. Ich hab ja jetzt noch Schrauben. Die hier müssen ja jetzt auch nach oben. Moment, was leitest du jetzt nach oben? Wir haben doch Stangen hier drüben. 5000. Wir haben eine Produktion von Stangen hier. Du musst doch... Ich dachte, du leitest nur Schrauben nach oben. Ja, aber... Hier haben wir gleich alles an Material... Ja, die müssen wir denn von da wieder da rüberbringen. Aber was machen wir den Stangen hier vorne? Weil das... Daraus besteht ein Rotor. Aus Stangen und Schrauben. Nein, das weiß ich. Wir haben aber hier drüben eine Produktion von Stangen, die in mittlerweile drei... Ne, vier Container läuft und voll ist. Na ja, gut. Na gut, dann müssen wir... Okay. Du produzierst nur Schrauben. Ne. Ich dachte halt, dann haben wir alles aus einer Hand sozusagen, weißt du? Dann aus einem... Ja. Aber wir könnten natürlich auch so machen, dass wir nur die Schrauben produzieren. Und äh... Dann musst du aber jetzt da oben die rüberbringen halt, ne? Ja, genau. Das da ist... Da wollte ich die ganze Zeit machen, ja. Ja. Equipment Slot. Da mag ich hier nur Schrauben. Das ist kindig. So. Schon geändert. Wau mal. Hier kommen wir raus. Schon hin. Perfekt. Genau. Wir machen... Die Container. Du hast drüben keinen. Dann setze ich das einfach mal ins Höher. Scheiß drauf. So. Schrauben laufen. Alles klar. Perfekt. Vier Schrauben. Laufen. Oh man. So. Ah man. Schick. Gut, ich geh mal kurz gucken oben. Jetzt hat der ja hier Strom. Boah. Solide. So. 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 Solid. Oha. Der schöne Platz. Wo muss ich hin? Wo war denn der Ausgang hier? Hier? Ne, das sind Kabel. Hä? Wo ist denn der Aufgang? Äh. Ich hab doch eben einen Aufgang gebaut. Hier hinten. Hier. Hier oder? Ja. Gut, jetzt muss ich nur irgendwie runter. Äh. Ja guck mal, da oben komm ich an. Siehst du das? Wo oben? Äh. Hinter dir. Hier. Achso. Das sind die Stangen jetzt, ne? Das sind Stangen, ja. Dann äh. Lass uns doch. Ich könnte hier zwischendurch gehen. Warte mal. Hier könnte ich durchgehen. Und dann stellen wir hier die. Ich sag mal hier so. Ich komm hier durch, ja. Ich komm hier mit den Stangen durch. Ja. Dann mach ich mal erstmal zwei so eine Manufaktoren hier, ne? So hier so, ne? Du teuer. Ach, ich hab keine versteckten Platten mehr. Ich muss mal kurz versteckte Platten holen. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ja, jetzt hast du das, ne? Ja. Das zieht du da aus. Das zieht du da aus. Das zieht du da aus. Hä? Hä? Die verstärkten Plattenproduktion läuft leer. Die Schrauben reichen hier hinten nicht. Ja, 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 ja. Ich weiß die. Nicht auf 100%. Ne. Ähm. Warte mal. Ist die, sind die, warte mal. Sind die Dings schnell genug? Die Förderbänder hier. Ja, ist, ist, ist. Die sind auch voll. Ja, aber das ist, eigentlich sind's genug. Das Ding ist ja voll. Verstehst du? Aber die werden nicht schnell genug transportiert. 120 pro Minute. Wie viel fehlt denn? Das sind knapp 12, die Hälfte. Das läuft also 50%. Also du hast zu wenig Schrauben, oder? Ne, ich hab nicht zu wenig Schrauben. Ich hab zu, zu langsame Bänder. Ach so. Die Schrauben, äh, sind super. Ich hab hier solide tausend Stück drin liegen, die gar nicht leer werden, sozusagen. So, ich bin hier unten jetzt angekommen. Und hier ist auch voll. Was solltest du hier produzieren? Die Rotoren. Ja, Rotoren. Wie viel kommen denn hier an? Ich weiß es nicht wirklich, was unten produziert wird. Wie viel Schrauben? Aus vier? Ja, aber es kommen nicht genügend Stangen an, das meine ich. Ich weiß nicht, wie viel er braucht. Das kommen wir raus für einen Moment. Ach so, pro Minute wahrscheinlich, willst du wissen, ne? Ja, warte mal, stell mal so ein Ding einfach hin. Stell mal hin. Kann ich nicht, hab ich keinen Rahmen. Ja, ich hab aber, warte, hier, zack. Einfach nur mal. Stell's auf die Höhe, stell's auf die Höhe. Nee, einfach, einfach nur. Die gleiche Höhe wie der anderen, aber okay. Ich wollt's nur wissen, warte mal, wir brauchen 18 Einstangen pro Minute und 132 Schrauben pro Minute. Ja, dann passt das, dann passt das. Komm, dann stell dir mal bitte in die gleiche Flucht, wie die, wie die anderen Manufaktur, der hier steht. Ich dachte nicht, jemand Manufaktur kriegt, 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 kriegt Plack. Kriegt Plack. Hier, so? Nee, nee, so. Nee, nee, weiter zu uns. Weiter zu uns. Nee, nicht so weit. So? Fortes Loch halt. Ja? So? Ja. Aber gleiche Höhe. Ja, ja, so. Tu mir. Ja, jetzt war's richtig. Jetzt. Tu mir. Noch zu dir. Zu dir noch. Noch weiter. Ja. Ja? Ja. Ja. Nee, ist aber nicht die gleiche Höhe jetzt. Ja. Nein. Ah ja. So will er machen. Haben wir Strom hier? Du mal hin. Du mal hin. So will er machen. Voll. Hier ist. Ich stelle hier Strom hin. Ja, irgendwo. Ach hier. Ja, ich hab doch. Ich hab doch. Okay. So, was sagen die Schrauben? Ja gut, da muss ich jetzt mal voll pushen. Ja. Ja, ja. Das wird aber viel. Also das ist. Das ist. Das ist. Das Band ist auf die Produktion aus. Das müsste sein 120 die Minute. Richtig. Organisation. Logistik. Band. Macht. 120 Minute. Gut, man könnte das ja. Nee, Bänder kann man nicht übertakten. Nee, vergiss es. Nee, kann man nur die schnelleren bauen, ja. Aber es wird reichen. Also die Schrauben, die Stangen laufen jetzt voll. Das langt schon. Gut. Dann machen wir hier vorne noch einen Container hin. Ja. Äh. Nicht Logistik, sondern Organisation. Und stellen den auf gleiche Höhe wie die hier. Ja, tatsächlich liegt es eigentlich nur am Band. Ansonsten haben wir genug Ressourcen, um noch eins. Um das Ganze aufrecht zu halten. Ja, das sowieso, um noch einen zu bauen. So. Ja, gut. Aber wir haben jetzt das zumindest schon mal abgeschlossen, denn wir sind bei 35 Minuten und haben ein gutes Stück geschafft, würde ich sagen. Gute Nummer, ja. Ja. Finde ich gut. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zu einer weiteren Folge von Satisfactory. Ciao! Tschüss! Vielen Dank.